Hey OZO, hier Keule 666. Willkommen bei Space Overlords. Angezockt, halt. Neues Spiel wurde im Juli bei PS Plus halt. So, ja, guck mal. So, ja OZO, geht los. Kann ich halt hier Galaxien aussuchen. So, dann gibt es hier noch Planeten in den Galaxien, ist ja klar. Ist ja klar. Ja, so. Juhu, cool, cool. Ah ja, so Space Overlords, cool. Ah ja, so. Cool im Spiel. Man kann doch bei mehreren Leuten zocken. Du bist zu zweit. Oder zu viert sogar. Zu viert. Oder zu viert. Zu viert. So. Joa, man kann sogar Level Editor ist dabei. Halt quasi. Kannst dich dann selber einen eigenen Planeten bauen. Halt. Mit den Festungen und Brücken und Wasser. Wald. Halt. Alles halt. So, hier war jetzt erstmal der Anfang halt. Ja, die Autotöne brauchen wir nicht. So, guck mal, ey. Was na? Ach, sinnlosen, sinnloses Geräte da. Zack, baum net. So. Ja. So. Das Vieh ist mir halt. Könnt doch die Leute raussuchen, glaub ich. Ich bin jetzt hier der Fiemels. Piemels. Pimmel. Pimmels. Keine Ahnung. Kann man ja aussprechen. So. Wappierreit. Zerstören. So. Alles genau. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie einiges. So. Treppen halt da rum. Und schweben. Aufs Land kam hoch. Muss halt da die Städte kaputt machen. Und die Gegner. Und die kleinen Viecher. Joa. Erst wenn alles zerstört ist. Halt. Was am Leben war am Planeten. Dann hat man so quasi die Runde gepackt. Joa. Eine Gänzeige hat noch. Halt. Joa. Da war gerade der Klo. So. Ich bin Spaken bei der Klo. Ja. So. Coole ist, man kann sich selber so eine Erde halt bauen. So einen Planeten. Landschaft. Der Anteil kann man halt machen halt. Da Erde so viel Wasser und das, dies, da jenes. Dann kann man die Städte da hinbauen und Gegner platzieren und so. Alles cool gemacht, dass man selber so einen Planeten bauen kann halt. Der ziemlich schnell umkreist ist. Joa. 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 Also gut, ja. Das Vieh, wo man spielt, ist ja auch schon ein Hundertstel von Planeten groß. Deswegen kann man schnell einen Planeten umgreifen. Ah ja okay. So. Man muss das alles kaputt machen. Könnte alles kaputt schlafen. Kaputt schlafen. Da. Joa. Erstmal alles kaputt ist, wie gesagt, das Level dann fackt. Mehrere Planeten dann halt. Aber cool ist es mit Level, wie gesagt, dass man selber was bauen kann. Die ersten Sekunden nachher auch noch ein paar Screenshots. Abtracksmücke. Da schien ein Video machen. Abtracksmücke. So. Sorry. Was hat eine Mücke? Da. Die Mücke. Schau sie kurz. So. Jetzt mal das letzte Mal hier, warte, ich habe Angst vor Spinnen, ich bin Phobie. Ja. Jetzt habe ich letztmal hier so eine kleine Babyspinne gesehen, so eine Schwarze. Da hatte ich keinen Mund gehabt, die mir Finger kaputt zu machen. Jetzt brütet sie sich hier in meinem Zockzimmer irgendwo unter dem Bett oder was. Und dann habe ich gehört, die braucht sie alle zwei Wochen, aber die ist die große. Sie ist eine richtig fett schwarze Spinne. Joa. Drei, vier Tage sehe ich sie. Ich rieche ganz schwirrende Pennen. Ich kann hier schon was in Pennen. Drecks wieder, ey. Wie in meinem Zockzimmer hier, brütet sich hier schwarz Spinnen aus. Das war so am Rande. Ja. Hoffentlich war lustig für Leute, die keine Spinnphobia haben. Ich schon. So. Joa. Interessantes Game auf jeden Fall. Mach doch Spaß. Das heißt, man sieht doch sogar auch, wo da halt was fehlt. Auf der Erde da, wo, ähm. Was heißt, wie so Pfeile oder so Striche. Da sieht man, da war man noch nicht. Da muss man alles kaputt schlören halt. Und Ende. Gewonnen. Ja. Cool. Merk. So. Joa. Das war nicht das coolste Spiel, das ich vorgestellt habe. Aber, naja. Wart man kriegt umsonst heute noch mitholen oder was. So. Naja. So. Komm, hier ist noch ein paar Screenshots halt. Wenn man sieht, was das Spiel noch kann. So. Viel Spielermodus. Halt. Macht dann bestimmt noch gut Spaß. Wenn einer einen selbst gebastelten Planeten, ähm, kaputt gemacht wird von den anderen. So. Die Leute kann man sich aussuchen. Da zu zweit. Cool. Cool mehr. Mehr. Da ein bisschen näher dran. Ja, nah dran suchen kann man auch. So. Hier jetzt halt quasi, kann man sich schon eigenen Namen machen. Äh, Planeten. Kann man auch selber beziteln, wie ihn heißt. Schon beim Kackplaneten genannt. Haha. So. Ja. Hier die Elemente kann man aussuchen. Wasser, Feuer, Halt, Erde. Ja. Macht euch auch immer gut dran. Da kann man sogar betiteln. Cool. Ah, da hast du eben schon. Es gibt halt vier Leute oder so, wo man holen kann. Oder mehr. Ja. Ganz interessantes Spiel. Okay. Ob nicht hat euch das Video gefallen. Und immer schön mal Videos gucken. Und vielen Dank und auf Wiedersehen. Einen guten Abend. Ja.